Hi, gib halt an! Ich erinnere mich noch dran, dass Shadow am Anfang voll begeistert war von der Geschwindigkeit meiner Pickaxe. Aber wenn ich deine so angucke, warum kann ich jetzt nicht mehr fliegen? Meiner ist maximal. Ich habe schon aufgehört, die Geschwindigkeit zu leveln, weil es dann nicht mehr weiter geht. Hallo Minecraft. Willkommen zum Hüpfenden Hasen. Hi, Mavir. Hi. Wir sind wieder am Flughafen. Wir haben da auf der rechten Seite, wie ihr seht, schon ein bisschen vorgebaut, einfach um das Design festzulegen. Und ja, so werden wir jetzt mal kurz die Empfangshallen bauen, beziehungsweise die Aufenthaltsräume. Genau. Ich denke, wir fangen gleich an. Direkt rein stürzen. Ja, nachdem wir jetzt, ich glaube, was. Wie lange haben wir jetzt eine Stunde geplant? Ja, so ungefähr. Während du gerendert und hochgeladen hast. Ja. Ey, hier wird so dunkel. Hör auf! Hast du Angst, es ist dunkel? Hier wird alles rot. Sind schon die hier. Drück mal F7. Was, jetzt schon? Ja, ja, ich habe kein Eisen mehr. Ich muss mir gerade welche holen. Das waren alte gechisselten, die du mir eben gegeben hast. Wahrscheinlich erst mal noch zehn Minuten damit beschäftigt, neue Eisenblöcke zu chisseln. Ja, so viele waren sie eigentlich gar nicht. Stimmt schon. Schöner am Bilderswand. Ja, der hat einen relativ hohen Verbrauch. So. Oh, ich bin übers Ziel hinausgeschossen. War ja klar. Das passiert halt. Es geht immer ruckzuck. So. Oh. Aber zum Glück haben wir ein Bilderswand. Also überleg mal, du musstest die ganzen Blöcke einzeln setzen. Hätte ich meinen, hätte ich meinen Tempel nicht in Angriff genommen. Mein lieber, Entschuldigung. Ja, das stimmt. Hast du da eigentlich nochmal weiter gebaut? Momentan habe ich Probleme mit der Frame Rate, wenn ich an meinen Maschinenpark gehe. Dementsprechend baue ich zuerst meine Fabrik aus, lagere alles dort aus, weil das alles steht und ich die Maschinen an meinem Tempel abhabe. Und da die Frame Rate nochmal stabil bleibt, kann ich da dann weiter bauen. Ja, das macht Sinn. Ich bin ja sowieso erstaunt, dass wir hier eigentlich von den zuletzt genannten Problemen abgesehen, eigentlich alles soweit läuft. Beschrei es nicht. Aha. Beschrei es nicht. Schon wieder. Also, wenn ich überlege, wir hatten schon andere Server, da ging nichts mehr. Oder da bist du irgendwo hingelaufen und es hat geleckt ohne Ende. Ja, diese Modpacks haben halt immer irgendwie das Problem, dass da dann irgendwelche Bugs einschleichen und dann da geht dann alles in den Keller. Wobei wir haben jetzt halt den Vorteil, wir spielen ja die 1.10 aus Gründen der Modbarkeit. Die ganzen Modder haben sich ja, die halten sich von der 1.8 fern, weil die ist scheinbar zu ein bisschen beschissen zum Modden. Die boykottieren das Ganze ein bisschen und bleiben deswegen bei der 1.7.10. Was halt den Vorteil hat, dass die quasi immer weiter immer besser werden, wenn immer mehr Bugs auftauchen, die immer mehr gefixt werden. Was halt bei den vorigen Servern nicht so war. Wir hatten dann jedes Mal, jedes Mal, wenn wir einen neuen Server hatten, hatten wir dann auch eine neue, das war ja immer eine neue Version. Da ist von 1.2 auf 1.4, auf 1.6 und dann auf 1.7. Da ist ja dann entsprechend andere Mods, andere Probleme aufgetaucht. Und das bügelt sich jetzt halt langsam aus, weil wir spielen ja schon seit, glaube ich, über einem Jahr oder so mit der 1.7.10. Auch wenn immer wieder neue Mods dazukommen, ist es halt immer, der Hintergrund ist immer noch die 1.7.10 und die wird halt mit der Zeit immer stabiler. Wie lange haben wir den Server jetzt schon seit April, glaube ich? Nein, ja. Ich bin ja wirklich unglaublich froh, dass das so lange hebt und eigentlich auch, ich sag mal, von den Leuten, die spielen, die regelmäßig spielen, das auch immer noch so läuft. Wäre natürlich toller, wenn noch die einen oder anderen, die mit uns damals angefangen haben, dabei wären. Ja, so ist ja momentan der harte Kern. Ja. Oh, runtergefallen. Aber Alex Max kommt ja vielleicht auch bald wieder. Den hatte ich letztens im PS. Das hat man auch schon zwei oder dreimal gehört. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Okay. 1, 2, 3 Leute können wir hier im Prinzip noch vertragen. Definitiv, dann würden die Baufortschritte ein bisschen schneller vonstatten gehen. Hast du noch von dem Smooth Flat Sandstone? Nein, ich hatte ein Stack, glaube ich, aus deinem ME genommen. Das war alles, was drin war. Okay. Ey, ich wusste nicht. Ich bin ja. Hier ein Karnevalscreeper. So, mal gucken wir mal in die Kiste rein. Wahrscheinlich ist sie schon der. Ah, nein. Ah, da haben wir noch 18 Stück. Das ist jetzt nicht wirklich so viel. Da habe ich geschossen und dann sind gerade die Monster auseinander gelaufen. Ich kann nicht kommen sehen. So. Ich wollte hier schon mal die Dickenstruktur anbringen. Bei mir lag es gerade ein bisschen. Bei dir auch? Das wird dein Upload sein. Ja, gut möglich. Bei mir läuft es gerade normal. So, dann gehe ich mal noch mal ein bisschen Sandstone holen. Aber es wird schon langsam, äh, größe unsere moderne Stadt. Ja. Ähm, den Sandstone hat man gechiselt, gell? Da muss ich gerade mal in meinen Deckstorys gehen. Äh, der ist jetzt auch mal gechiselt, ja. Und zwei Stacks müssten reichen, oder? Das brauchen wir noch. Ja, sicher. Quarz Blöcke hast du noch. Äh, Quarz ist noch, ähm... In den Kisten ist nichts mehr. Tatsache, da habe ich die letzten Reste an Quarz. Ja, ich habe auch noch ein bisschen. Aber so viel ist es nicht. Müsste ich theoretisch bei mir neuen, äh, holen, wenn wir nochmal welchen brauchen. Ah, Kabelstone hätte ich noch mitnehmen können. Eine Kabelstone haben wir noch, oder? Ich, ich hole trotzdem mal. Wir müssen ja außen auch noch den Boden machen und so. Kabelstone haben wir noch vier Stacks. Mein Upload ist unter 120 Minuten. Das heißt, er kommt heute pünktlich. Äh, du bescheißt es, du bescheißt es. Im Moment. Weil wir nehmen ja jetzt schon, äh, wieder im Voraus auf. Yay! Ja, zur Zeit, äh, kriege ich es mal wieder hin, dass fast täglich, oder täglich eine Folge kommt. So, Kabelstone ist nochmal in die Kiste. Oh Gott, welcher war denn das jetzt? Der hier. Ich nehme mal gerade den Kabelstone mit, dann mache ich, äh, den Abschluss vom Dach gleich. So, wie habe ich denn das jetzt drüben gemacht? Unterbrochen. Hier ist über das Glas raus. Ja. Oh, wie hat er? Anze. Ah. So, der Sandstone drüben passt schon mal. Dann mache ich den Kabelstone-Abschluss und du kannst das Eisen schon wieder platzieren. Ah, okay, ja. Dann gibt es noch einen Punkt hier an der Stelle, wo... Was hast denn du da? Ach, das ist ein Stone-Panel. Dann hätte ich ja gar kein Kabelstone mitnehmen müssen. Nee, das ist, äh, von... von normalen Stone-Panel. Dann, äh, wechseln wir mal gerade. Ich dachte, das wäre Kabelstone. Äh, du, 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 der hier. Du sollst doch nicht denken. Naja, geht meistens schief. Eben. Ja, da hast du offen gelassen, gell? Das ist auch noch meine Frage, wie wir das hier am Rande machen. Ja, hier war auch noch, äh, kleines Problem, weil, dadurch, dass wir hier unten den Gang haben, äh, hab ich hier unten die Ecke, äh, gemacht. Die passt jetzt natürlich hier nicht mehr. Jetzt halt hier versetzt und hier noch mal versetzt. Ja, hast du noch Eisen? Dann zieh mal noch eins weiter raus. Ja, okay. Und noch eins. Okay. Und dann machen wir einfach die Pfeiler ganz nach oben an die Decke, dass die die Decke noch abstützen. Ich glaube, das wäre ein Kompromiss. Oh, guck mal, dein Bildersband kann doch nicht alles. Der hat hier eine... ist ein Block zu viel. Auf der Seite hier. Mir ist das Eisen ausgegangen, also eigentlich. Nee, hier meine ich. Da fehlt ein Block von der Breite. Ah, hier ist ja überhaupt keins gesetzt. Der wusste ja überhaupt nicht, dass da Eisen ran soll. Ja, ja, und wer hat das gesetzt? Äh, das war ich. Dann kann man ein Bildersband aber nix dafür. Gut. Lässt sich aber gleich beheben. Säulen. Gut, gut. 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 dann der seite 1 hinten dran das eis wir sind jetzt hier ein bisschen anders wie drüben der koppelstern muss auf die säule da muss eins nach hinten von der entfernung her ist es gleich wie hin wie drüben wir sind aber hier haben ja noch eins nach außen gegangen mit der säule können wir hier schwer machen glaube ich oder ich würde es einfach so lassen das kann ich dann kommt quasi hier diese säule hier den schüssel setzt aber dein mann nicht automatisch auch noch oder in schüssel könnte den jetzt hier platzieren aber das ist ja nicht falsch falsch mal wie weit ich mit meinem vorrat komme das war es schon wieder es lehrt sich zum glück haben wir genug eisen vorrat so ich mache hier oben schon mal die löcher rein fürs licht ein porkchop ist benannt worden die store brand finger mit schick of back pain im agent bei herrmann monkey part den 10 anesthesiologist level 2 1.99 können wir später im kfc verkaufen shadow hat ihr gestern verlangt ich will endlich da mal essen ich meine zu anstellen er kann aber ein bisschen human genau wobei er ist sowieso so ein hecht da ist ja nichts dran an dem kerl dann müssen wir mal ein bisschen auffüttern ja ich wollte es gerade hat ein klein wenig zu weit aber nur minimal weil ich dachte gerade geht weiter links halt warte der kassel ist schon weg halt nein stopp aufhören gib halt an ich erinnere mich noch dran dass shadow am anfang voll begeistert war von der geschwindigkeit meiner pickaxe aber wenn ich deine so anguckt warum kann ich jetzt nicht mehr fliegen ich hab schon aufgehört die geschwindigkeit zu leveln weil es dann nicht mehr weiter geht meine hat nur 200 mining speed 38 ja es ist irgendwann ist egal wie wie viel man so noch erhöht weil mehr geht da nicht mehr ich habe meine auf 750 das ist eine mining speed von 174 das ist ein starker wert jedenfalls aber die erfahrung zeigt mir das ist ob ich jetzt 174 oder 100 oder 90 habe ist egal das ist immer gleich schnell entsprechend ist es irrelevant da weiter zu leveln macht man lieber andere sachen warum machst du das jetzt weg weil das über gestanden hat da wo du jetzt bist doch nicht doch so über gestanden nun verstehe ich ist doch schon wieder das eisen ausgegangen was macht man hier mit der säule machen wir die einfach jetzt zwei breit ja die auf der anderen seite auch oder warte mal ich guck mal schnell was wenn das funktioniert das natürlich cool wenn die struktur da auch so rüber kommt aber ich glaube es eher nicht ich glaube es eher nicht oder was sagst du äh warte ja das hat schon was man muss halt gucken bei den teilen kann man je nachdem von welcher richtung man das ganze rein macht kann man das ganze ein bisschen steuern mal wenn man ein bisschen rumprobiert dann klappt es event wenn das ganze halt das wäre noch eine möglichkeit was man so macht wer ist das oder so wie hast du jetzt macht von oben ja wie weit oben ganz oben ich habe mich quasi an die wand geschmiegt und nach unten geguckt ok ja ich denke das sieht vielleicht eher interessant aus du sammelst immer mein zeug auf warte mal nein nein warte so ist einfacher so so noch das was das mit den carpentern finde ich irgendwie bisschen doof da müsste der modbauer mal ein bisschen noch nachhelfen dass man äh schwer ich glaube äh schande ich dachte das funktioniert jetzt so ähm ich meine dass man in den carpentersblock von jemand anderem nichts reinsetzen kann das wird wahrscheinlich absicht sein aber warum keine ahnung warum sind die jetzt falsch gedreht was soll denn das und kein glas mehr na doch noch eins so oh ich baue immer zu viel ab oh ach so kleine pickaxe nicht für noch Kontrolle ne irgendwie nicht immer aber immer öfter ja ja und da reicht es nicht mehr äh äh hier kannst du die eigentlich hier an der seite auch noch mal machen kante tarpenterskante hier auf der seite mhm sicher quasi hier so hier so um die ecke geht ja und wie haben wir es denn auf der anderen seite dann ist ja da nochmal irgendwie was rausgebaut ja immer diese diese angehen wollte ich nicht guckt es ist ja abschließend ja wir müssen hier sowieso noch mal eine kante machen hier die steinkante hier außen auch noch mal ist das welbliche umschließend ja ja klar ich hätte das jetzt nur so als dachrinne angedeutet gelassen naja gut man kann es eigentlich auch verlassen naja und jetzt tu jetzt nicht naja ja Hallo, rein da. Nein. Nein. Manchmal ist ein Klick einfach zu schnell. Was wir nächstes Mal auf jeden Fall noch brauchen, ist Marble. Äh, Quarz. Ja, vielleicht praten wir welche noch mal. Und zwar letztes Mal auch Quarz gefarmt im Nähter, aber... So viel hab ich da nicht rausgekriegt. Ja, nee. Ich hab ja einen Quarry im Nähter stehen. Dementsprechend hab ich wahrscheinlich das meiste. Na gut. Anzunehmen. Sogar noch 900 Blöcke hier. Was hast du nur noch? Ist ja fast gar nix. Ja, ich hab auch noch 489.000 Quarz so oben liegen. Die 900 waren nur Blöcke. Angeber. Knapp 500.000 Quarz so. Angeber. Ach, scheinbar. Äh. Na ja, kaum nicht konzentriert. Schon wieder verklickt. Ha ha. Busch. Äh, wir müssen gerade mal gucken, wie es da hinten gebaut ist. Haben wir da auch doppelt gelegt? Ne. Doppelt und dreifach. So, Quarz wieder in der Kiste. Ah, das war der Block hier. Ah, ich hätte gerade noch nach Glas gucken können. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, das ist akzeptabel hier. Wenn man die Säule da an der einen Stelle doppelt macht. Wird sich schon keiner beschweren. Äh, ich hab keinen Quarz mehr. Hier ist er. Ah, hast du wieder rein? Ja. Die 900 Peilen, was Glück ist. Gucken wir mal, ob ich die... 83 Minuten. Das wird wohl doch was. So, ich pflanze mal hier gerade an den Ecken die Steine richtig. Und ich pflanze mal hier. So. So. Ja, so gefällt mir das besser. Oh, Chisel, Chisel, Chisel. Oh, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Was? Ich glaube, wenn wir jetzt hier mal die Halle soweit fertig haben, dann war es das für heute. Und ich meine damit wirklich heute. So, gerade fürs Glas. Ich mache das. Okay. Okay. 처 Phase Rose. Okay. Okay. Konzentration. Das machen wir mal weg. Nein! Alt! Sind wir da eins zu weit draußen? Theoretisch möglich. Aber wieso? Dann ziehen wir aber eher die Halle noch eins in die Länge. Was? Alles ist noch nicht. Wobei mir gerade auffällt, du hattest doch hier unten die Fackel hingestellt. Die sollten doch das Dachende symbolisieren. Es war nicht für das Dachende, sondern für die Dachform nach oben. Es war nicht das Dachende, sondern es war die Form, der Bogen des Daches. Okay. Also das passt schon. Ja, dann. Will ich das mal so glauben. Was? Naja. Das war schon so geplant. Äh. Äh. Woll mal hier unter dem Glas nochmal Boden einziehen. Äh. Wo bist du? War ich hier in der großen Halle? Ähm. Ähm. Ja. Oh, Schande. Wie viel Abstand waren das? Vier, glaube ich, gell? Wirklich? Ne, oben sind es drei. Was haben wir drüben gemacht? Das waren, glaube ich, links und rechts drei und dann vier. Ja. Drei, vier, vier. Und außen waren ein großer Pfeiler. Ah, da warst du schon zu schnell. Unruh. Drei. Okay. Also wenn wir hier mit fertig sind, können wir eigentlich auch mal das weiße Haus bauen. Das weiße Haus? Okay. Ja. So viel Quarz und Zeug und Säulen, wie wir hier bauen. Hier, zwei, drei. Können wir auch ein rotes Haus bauen oder ein schwarzes Haus? Wäre vielleicht auch mal interessant. Ja. Äh, wie heißt der Tempel da in Indien? Das Taj Mahal. Ah, nee, das Rote Four. War doch irgendwie so von den Briten, glaube ich, irgendwas. Oder? Das sagt mir persönlich jetzt nicht. Ähm, das gibt's bei... Warte mal, war das Age of Empires? Ahnung, nie gespielt. Rote Four... Ja, Rote Four bei Age of Empires 3. Ähm, war das ein Weltwunder, der... Oder so ein großes Gebäude der Inder. So... Dann mach ich da nochmal ein bisschen Boden für die zweite Etage. Fünf... Dann können wir zwei Tisch und Stühle. Dann hat man noch... Na, sechs breit. Na, sechs breit. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Hätte ich auch noch Ansprüche. Ein bisschen, oder? Ein bisschen ist immer gestattet. So... 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 Äh... Ist schon riesig, ey. Boah. So... Äh... Äh... Quatsch... ... Auch Glas rein. Meditierst du? Ja... So ungefähr. Um... Nein, Quatsch. Ah... Ich konzentriere mich. Auch wenn eigentlich das gar nichts zum Konzentrieren ist, weil ich einfach mit dem Bilderswand auf einer Höhe durch die Gegend fliegen und mal klicken muss. So, passt. Ach nee, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt muss ich wieder selber klicken. Ach... Ach... Da drüben hatte ich den Boden schon eingezogen. Da konnte ich den Quarz einfach so platzieren. Mit Fokus auf den Boden. Ah... Da hast du schon gemacht. Äh... Hier hinten. Mal gucken mal. Ja... Ähm... Wir müssen ja noch für den Glowstone-Platz schaffen. Kommt hier nochmal hin. Und da nochmal. Da unten bist du... Ja... Ach... Wovon redet der? Naja... Ich rede immer wirres Zeug. Von dem her ist die Frage berechtigt. Naja... So... Also... Achso, da oben fehlt noch was. Da fehlt ja noch die... Äh... Wie nennt sich das? Bordüre außenrum oder so? Ungefähr, ja. Ja, ja. Hammer ist ja gleich. Ja... Ich hole dann gleich noch Glowstone. Und was machen wir oben für Licht da rein? Ausprobieren, was am besten aussieht. Gibt ja verschiedene Glowstone, die gut aussehen. Die könnte man rein machen. Ja... So... Weißen, der eben nicht so viel ab... Sich nicht so viel abhebt. Von dem... Anderen. Fände ich, glaube ich, ganz gut. Na... Erstmal... Erstmal leer machen hier. Ja... Dann hole ich mal ein paar Sticks Kloster. So... Wir sind bei 45 Minuten. Pff... Du kannst es einfach nicht lassen. Ne... Ich muss immer drauf gucken. Das auch. Achso... Was dann? Zu spielen oder was? Nein, zu verziehen. Warte mal. Warte mal. Lamp. Könnt ihr auch Colored Redstone Lamp nehmen? Aber ne, die brauchen ein Signal, glaube ich, gell? Äh... Redstone Lamps gibt es, glaube ich, auch inverted, oder? Ne, sehe ich jetzt hier nicht. Ich meine, dass die ein Signal brauchen. Ja, Redstone Lampen brauchen auf jeden Fall ein Signal. Ja, die... Aber wenn sie nicht inverted gibt, dann... Ne, die inverted white lamp gibt es, aber die ist eigentlich zu hell. Ja, ja. Also die ist zu krass. Dann müssen wir uns damit zufrieden geben. Aber jetzt haben wir schon ein ordentliches Ding dahingestellt in den letzten Minuten. Ja, klar. Da haben wir einmal konzentriert und fokussiert arbeitet. Und jetzt ist, glaube ich, hier auch verständlich, wie ich das gemeint habe, mit dem Rundgang oben, oder? Ja, gut, Rundgang war schon klar. Ob sich das als sinnvoller weist, wird sich dann noch zeigen, je nachdem, wie wir weitermachen, mit Funktionalität, etc. Ähm, aber vorerst... Ich bin hier immer noch der Meinung... So, guck mal. Wie finde es die zwei Sorten von Lampen? Vielmehr, finde ich, gibt es gar nicht schöne an Glowstone. Ja, es ist... Schöne gibt es schon. Ich meine, es wird auch schon die... äh, die, äh, Wismut-Textur, wie wir sie unten haben, würde hier auch reinpassen. Es ist dann halt weniger weiß, sondern, äh, nochmal eher in gelblich. Ich würde es eher als... an das Weiße angleichen wollen. Äh, hast du noch Glas? Graues Glas habe ich, ja. Dann könnte man hier noch Glas reinsetzen. Ah, Ö. Ah, R, I, O, O, O. Schande. Wir hätten das ja auch noch eins weiter rausziehen müssen. Wollen wir das noch kurz machen? Sicher, wir sind hier erst bei 50 Minuten. Okay. Weil sonst, äh, passt das mit dem Glas nicht und den... Dem Rest passt auch nicht mehr. So, ich hoffe mal, dass das jetzt so funktioniert, wie ich das haben will. Nein! War ja abzusehen. Achso, nee, warte, 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 das war ja... Warte, 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 warte. Der war richtig. Der war richtig, aber da kommt außen nochmal einer dazu. Und der hier kommt dann auch noch eins weiter nach außen. Lars, war's schön. Na, alles gut, ich hab's sehr platt. Okay, gut dann. Kein Problem. Ah, warte, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist eigentlich doof, was ich gemacht hab. Zumindest was das Glas angeht. Das kann man ja gleich draufsetzen. Ja, ich setz noch eins drauf, genau. Kommt immer gut. Ich schau mir das mal aus der Entfernung an, was du da fabrizierst. Wie, ich dachte, du machst jetzt mit hier. Ich weiß ja gar nicht, was du willst. Ach so. Einfach alles eins weiter nach außen setzen. Damit es mit dem Glas passt. Ähm, Eisen brauchen wir nochmal. Du verlängerst die Halle um eins. Ah, okay. Weil dann, äh, das hab ich hinten ja auch gemacht. Okay. Dann passt das wieder vom, äh, von den Fenstern her. Dann sei's genehmigt. Alles nur für die Fenster. Ähm, wobei man mal gucken müsste, ob ich da drüben, ob ich eins oder zwei raus bin. Ich glaube, das waren's eigentlich zwei. Also, wo wir überstehend sind. So, jetzt nur das ganze Zeug wieder schnell aufsammeln, sonst die Spawns. Auf die Ressourcen können wir ja nicht verzichten, wir sind ja so arm. Ah, äh, hallo. Ich bin Schwabe, zumindest fast. Also, ich wohne zumindest im Schwabenland. Also, ich wohne zumindest im Schwabenland. Tastschwabe, okay. Mit der alte Schwabe-Ländle. Ah, da ist noch Fehler. Oh, da ist noch Fehler. Da ist noch Fehler. Äh, du Fehler. Hey, so war das jetzt nicht gemeint. Ich hab niemanden diskriminiert, oder? Also, solange du dich selber diskriminierst, ist das vollkommen schnuppe. War diese Säule hinten auch zwei breit? Ja. Hab ich extra so gemacht. Natsache. So, äh, Cubblestone. Äh, warte mal, gucken wir mal, ob der Überhang eins oder zwei ist. Äh, von dem Eisen? Ja. Der ist eins. Sicher. Sicher. So, gleich, gleich ist geschafft. Gleich, gleich, gleich. Ja, ja. Mal gleich bei 60 Minuten. Schaffen wir es mal vorher oder danach überschreiten wir es? 54 haben wir. Ah, dann... Könnte es knapp werden. Aber... Äh, wir werden... von den anderen ... Also, gibt es gerade ganz viel. Von deiner... Von der... 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 Also was machen wir jetzt mit dem Clauston? Welchen nehmen wir? Ich finde den gelblichen eigentlich schöner. Also den linken. Dann nimm den. So, ich gebe dir mal auch ein paar. Ich habe gar keinen mehr. Wo habe ich denn alle hin? Guck mal, ob ich den in die Kiste habe. Weil ich habe eigentlich fünf Stacks mitgenommen. Aus irgendeinem Grund habe ich drei Stacks Claustron in meinen... Ah stimmt, ich habe es dir hingeworfen. Ach, okay. Da ist das hier übrigens der Neon-Glowsdown. Da war ja was. Aber hier fehlt noch Glas. Uferschäpe. Jetzt habe ich keins mehr. Ähm, die Säule ist durchgehend. Ah! Zu schnell geflogen. Was tust du? Zu schnell fliegen. Um Server vielleicht. Nee, 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 nee. Hast du noch Glas? Ja. Gimmi, gimmi, gimmi. Warte, mach selber. Genau. Auch gut. Muss ich schon nicht machen. So. Ja, haben wir doch einiges geschafft jetzt, oder? Ja, in der Tat. Kann sich schon sehen lassen. Und das sieht nicht mal so schlecht aus, wie wir gedacht haben. Du vielleicht gedacht hast. Gut. 16 Minuten haben wir gleich erreicht. Wir schaffen es vorher. Ja, ja. Du 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 du. Ja, ein paar Äpfel futtern. Mal gucken, ob ich meine benannten Weine, Steaks überhaupt essen kann. Ah, also ich finde es gut so, wie es jetzt ist. Ja, dann müssen wir jetzt für die nächste Folge im Prinzip noch das Dach vom Haupthaus bauen. Ja, das wird spannend. Aber ich habe mir was überlegt. Ich glaube, damit wird es dann doch gar nicht so schwierig. Wenn es wirklich so hinhaut, wie ich mir das gedacht habe. Das müssen wir dann mal sehen. Ja. Und dann kann sich das Teil schon wirklich sehen lassen. Ja. Und dann fällt Ihnen noch ein bisschen der Boden. Ein bisschen die Grundmauer. Ja, ein kleiner Grad. Genau. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Melvia für die Hilfe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye. Wir sehen uns wiedersehen after eurem 아니라. Tschüss. fingerstbutcher. Ja, ist das. paar schnack. Vielen Dank.